Geh aus dem Zug. Ihr habt zweieinhalbtausend Jm, 14 Fahrstufen. Genau. Wie viel wird ihr fahren? 500? 89 im gesetzlichen Rahmen. Das heißt aber auch, ihr habt Gänge, die teilweise nur neun Stundenkilometer verbrücken. Die noch deutlich langsamer. Du schaltest ja auch nicht jeden Gang sequentiell durch. Sondern wir machen ja auch anhand der Intelligenz der Schaltstrategie eben ganze Gänge. Mal springen. Genau. Super. So, wollen wir mal gucken, was hier so geht. Ich fahr hier den Berg rauf. Und ich merk auch schon die Dosierung. Der Schaltvorgang alleine ist schon mega feinfühlig. Und ich wollte mal gucken, wie das am Berg anfahren so funktioniert. Ich baue ein bisschen Herausforderung. Hi Marc. Servus. Ich nehme mal dein Auto mit. Dein Auto. Was hast du vor? Ich fahr das ziemlich dicht über den LKW. Da drüben. Oh. Na dann. Na dann. Eieieieiei. Ich seh eigentlich gar nichts mehr. Er ist so nah dran. Ich seh auch keinen Scheinwerfer. Gar nichts. Das ist eigentlich der Audi vom Chef. Das ist der Audi vom Chef. Das ist der Audi vom Chef. Da ist drin. Ich löse die Bremse und gebe Gas. Und er fährt sauber an. Wir haben es geschafft. Aber mein Herz pumpt wie Sau. Ich bin wirklich. Huiuiui. Da steht ein Audi hinter dir. So nah. Du gehst von der Bremse und denkst jetzt rollen 40 Tonnen in den Audi rein. Gehst aufs Gas und der kuppelt langsam geschweinig an und der rollt weg von dem Dilemma. So macht das auch Spaß. So kann das jeder. Selbst ich.